Hallo, ich bin Alina von Beachinspector und ich bin hier an der Costa del Sol bei Marbella unterwegs und hinter mir, das ist die Playa del Alicate, ein sehr schmaler Strand, der aber trotzdem sehr touristisch ist und der an einer sehr schönen Dünenlandschaft liegt, durch die ihr laufen müsst, um an diesen Strand zu gelangen. Hier findet ihr verschiedene Restaurants vor, die euch sehr traditionelle spanische Speisen anbieten, aber auch internationale Küche. Ansonsten könnt ihr euch an diesen Restaurants Sonnenlingen und Sonnenbetten mieten, aber auch für die Aktiveren gibt es an diesen Restaurants etwas, denn dort haben sie Stentapaddling-Material, aber auch Kanu-Material.